Willkommen zum DAX-Check am Donnerstag. Liebe Zuschauer natürlich auch heute wieder mit Thomas Bergmann. Mit wem sonst? Hallo Thomas. Ja, also ich finde das wirklich schön. Vorgestern habe ich noch gejammert, dass der DAX immer nur dann neue Hochs markiert, wenn ich gerade Urlaub habe. Und jetzt darf ich schon den dritten Tag in Folge über ein neues Allzeithoch sprechen. Auch gestern schon wieder. Ja. Soweit, so gut. Du hast aber gestern auch schon gesagt, Euphorie am Markt ist nicht gerade gegeben. Eine sehr gute Stimmung. Eine gute Stimmung. Das reicht ja auch und solange die mit neuen Hochpunkten gegründet wird, wollen wir uns auch nicht beschweren. Wichtiges Thema gestern war die FET-Sitzung. Nicht viel Neues, aber wie hast du die wahrgenommen? Ja, das war der eine Punkt, dass die FET die Zinsen niedrig gelassen hat oder unverändert. Das war so erwartet worden. Nächster Monat, Juni, wird jetzt mit einer Zinserhöhung gerechnet. Man hat bestätigt, dass man zwei weitere Zinsanpassungen in diesem Jahr vornehmen wird. Also quasi das gesagt, was die Anleger auch erwarten und von daher war das ganz positiv. Wobei, der Anstieg heute in Deutschland basiert eher auf den Entwicklungen in Frankreich. Da hat Macron das jüngste TV-Duell gestern Abend gewonnen. So die Blitzumfrage, die danach durchgeführt wurde. Und ja, der Vorsprung auf Le Pen ist den Umfragen nach sehr groß. Auch das beruhigt die Anleger, dass es eben so weitergeht. Die geopolitischen Risiken sind etwas in den Hintergrund gerückt. Man liest nichts mehr von Nordkorea, nachdem Trump gesagt hat, dass er den Nordkoreaner besuchen will. Ja, also von daher, alles spricht für europäische Aktien und für die Deutschen im Besonderen. Also der DAX trippelt so immer schön weiter nach oben. Das macht auch charttechnisch Freude, kann man sagen. Das passiert. Also man kann eigentlich nicht viel Neues charttechnisch verkünden. Nein, also der Aufwärtstrend ist sehr schön intakt. Wie gesagt, wir entfernen uns zwar weiter von der 200-Tage-Linie. Das heißt, es ist immer mal ein Tag dabei, wahrscheinlich, wo mancher Anleger Gewinne mitnimmt. Ja, aber grundsätzlich ist die Tendenz positiv. Nicht ganz so steil wie eben jetzt Anfang 2015, aber doch auch schon sehr gut mit einer gehörigen Portion Steigung. Aber wie gesagt, da haben wir durchaus noch Luft nach oben. 13.000 kann ich mir in dem Monat vorstellen. Im weiteren Verlauf in diesem Jahr durchaus auch 13.500, hatte ich ja schon mehrfach angesprochen. Auch wenn wir, wie gesagt, uns weiter von dem 200-Tage-Durchschnitt entfernen. Das heißt, was redest du dem Anleger? Wir sind ja lang. Ja. Bleiben lang. Also ich würde jetzt eigentlich, wenn ich jetzt noch nicht drin bin, auch schon eine Position noch eingehen. Weil ich denke mal, ja, die Stimmung ist gut, die Rahmenbedingungen sind gut. Also kann es weitergehen. So ein Stichwort zur Bilanzsaison. Was erwartest du hier noch? Na ja, die Zahlen sind ja bisher ganz gut ausgefallen, was wir in Amerika und auch in Deutschland gesehen haben. Auch wenn jetzt Infineon heute mal ein bisschen verliert nach den Zahlen. Siemens hat heute Zahlen gebracht. Ja, leichte Gewinnmitnahmen, die man da sieht. Das ist aber völlig normal. BMW steigt nach Zahlen. Fresenius gestern nach Zahlen sehr gut. Also ich bin, ja, ganz guter Dinge, was die Bilanzsaison, der weitere Verlauf betrifft. Und wir sehen ja, dass die meisten Aktien nach den Zahlen ganz gut weiterlaufen. Also charttechnisch und fundamental alles in Butter. Wir sind gespannt, wie der DAX sich weiter nach oben arbeitet. Wird natürlich auch nächste Woche am Montag spannend, was dann nach der Wahl tatsächlich passiert. Wobei da wahrscheinlich, wie es aussieht, vieles schon eingepreist ist. Denke ich schon. Ja. Also ich denke mal, dass der Macron-Sieg vielleicht am Montag, wenn es so weit kommen sollte, noch ein bisschen Impulse bringt. Aber wie gesagt, das spielt dann vielleicht für ein paar Minuten noch eine Rolle und dann nicht mehr. Okay. Haben wir noch was zu besprechen, oder? Der DAX, der darf sich weiter nach oben kämpfen. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für den kleinen Überblick. Liebe Zuschauer, viel Spaß und viel Erfolg natürlich beim Handeln.